Statt einer riesengroßen Torte, hier ein paar ausgewählte Worte, jedes mit federleichtem Gewicht zusammen, ergeben sie ein Gedicht, mit dem ich aus ganzem Herzen dir Rainbows zu deinem 30. Geburtstag gratuliere. Empathisch, kompetent, kreativ und äußerst professionell in der Arbeit mit Kindern und Eltern und auch Angehörigen. Diese Worte fallen mir als erstes ein, wenn ich an Rainbows für kinderstürmischen Zeiten denke. Rainbows wurde ja 1991 in Österreich gegründet und das Projekt Alleinerziehende war damals im Rahmen des Familienreferates der Diözese Graz-Zekau Gründungsmitglied von Rainbows Österreich. Nicht nur deswegen gibt es eine enge inhaltliche und auch historische Verbundenheit zwischen unseren Organisationen, was mich sehr, sehr freut. Ich selbst habe die Ausbildung zur Gruppenleiterin für Rainbows-Gruppen 1998 gemacht und trage dieses Thema seither in unterschiedlicher Art und Weise in meiner Arbeit mit. Als Leiterin des Familienreferates der Diözese Graz-Zekau gratuliere ich Rainbows zum 30-jährigen Bestehen ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Rainbows und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Arbeit von Rainbows so beherzt und wirklich so professionell machen, viel Energie und kreative Kompetenz für viele weitere Jahre, jedenfalls so lange, wie Kinder und Eltern eure Unterstützung brauchen. Ihr seid aus meiner Sicht mit eurer Arbeit einfach unverzichtbar in der Gesellschaft. Ich wünsche Rainbows alles, alles Gute und weiter so mit eurer tollen und äußerst wichtigen Arbeit. Ich gönne mir jetzt ein Naschi auf euer Jubiläum und freue mich, wenn wir hoffentlich in absehbarer Zeit auch gemeinsam persönlich feiern können. Alles, alles Gute!